Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Shot. Und das hat einen ganz besonderen Anlass. Und zwar habe ich 1.000 Abonnenten erreicht. Oh Gott, sind das viele Gitarren. Da weiß ich gar nicht mit welcher ich spielen soll. Schon viel besser. Und jetzt konnte ich euch endlich sagen, was ich sagen wollte. Und zwar vielen Dank für 1.000 Abonnenten. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.